Der neue Cupra Formentor. Hi, ich bin's wieder, eure Nina und ich bin heute hier beim Autopark Hackerott in Hannover. Wow, sieht der schick aus. Irgendwie so ganz anders und ganz neu. Geschwungene Linienführung, 19 Zoll Alu-Räder, Brembo-Bremsanlage vorne, dynamische Blinker. Hier haben die Designer richtig Spaß gehabt. Am Multifunktions-Lenkrad mit den kupferfarbenen Elementen sitzen der Start- und Stopp-Knopf und der Schalter für die vier Fahrmodi. Ihr sucht aus vom Chilligen dahinbleiten in der City bis zum Sportmodus für die freie Autobahn. Und da geht der Formentor mit 310 PS richtig ab. Und schaut mal hier auf die kleinen Details. Die Luftausströmer haben die Form vom Kühlergrill. Also ich würde den Formentor sofort mitnehmen. Und ihr ruft doch einfach mal an bei Hackerott. Jetzt sind noch einige gut ausgestattete Formentor zu haben. Günstig leasen und sofort mitnehmen. Ich fahr ab auf Hackerott. Ich fahr ab auf Hackerott.